Zucker, Kaliumchlorat und Feuer Ein Löffel Zucker und ein Löffel Kaliumchlorat werden vorsichtig miteinander vermischt. Das Gemisch wird auf eine feuerfeste Unterlage aufgebracht und entzündet. Das Gemisch wird auf ein Löffel Kaliumchlorat und ein Löffel Kaliumchlorat. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Als Produkt der Reaktion bleibt folgendes übrig. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017